So, Hallihallo, zurück bei die Evil-Wittin mit dem Scheiß-Rofen-Vorschnitt, der uns hier dauernd umgebracht hat. Ich hab überhaupt keinen Bock mehr, ey. Kaum rennst du dann durch die Gegend, bringt der dich um. Das ist so sinnfrei, aber... Es hilft ja nichts. Es hilft nichts. Wir müssen es tun. Und wir werden es tun. Wir werden Lady Di umbringen. So. Okay, Spaß beiseite. Wie viele Wackelpudding-Einheiten haben wir denn immer? Das hat 1.600... Entschlüsse? Ne, komm, ich entschließe jetzt. Egal. Wir lassen uns jetzt einfach noch ein bisschen umbringen hier. Das hilft ja leider noch nichts. Ein kleiner Drecksack. Ähm. Ähm. Irgendwie... Irgendwie... Ich glaube, der hat irgendwie... ...den falschen Spielstand... ...den falschen Spielstand. Könntest du mir das auch noch... ...sing... ...zuh... ...zuh. 8h41... ...8h53. 8h53... ...8h56. Das ist jetzt nicht die Wucht. Scharfschützengewehr. Müssen wir doch mal anrufen, dass wir wieder was finden. Und ja. Es ist doch nicht euer Perfekt. Auch nicht. Fucking nerven. Du bist ein kleiner Dreckswichser. Alter. Ich sag's noch. Okay. Die Tür ist anscheinend wirklich zu. Alter. Alter. Okay. Unteres Safe-Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad. Herzlichen Glückwunsch. So. Wahrscheinlich. Lass mich noch mal ganz kurz gucken. Steht hier irgendwo ne Zahl. Achso. Zwei Personen. Könnte auch ne zwei sein. Okay. 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 So. 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 Jetzt mach ich gar nicht raus. So. Es ist gar nicht gleich wieder dieser Dreckzeug. So. So. Das ist einfach der Grund. Warum wir uns sofort nach unten begeben. So. Ist einfach mal kurz mein Safe-Game her. Weil ich möchte jetzt hier einfach jeden kleinen Fortschritt in den Büroventry haben. Im Abspeichser. Der besorgte Typ also. Nicht, dass wir hier fünfmal rumrennen müssen. Und immer wieder dasselbe machen müssen. Nur weil uns der nette Ruhren One-Hit killt. Das geht nur so auf und so. Sag mal so, ich würde es ja verstehen, wenn man sich werben könnte, abschießen zumindest mal. So, die Eier schießen kann das immer fünf Minuten, wenn schmerzvolles Gesicht zieht. Oder... Ich weiß es einfach nicht. Ah, nee. Aber gut, es hilft nichts. Na. So, hier fahren. So, ich glaube, das Video kriegen wir nicht ab, oder? Ja? Ich habe mich ja mal gespannt, wie die Flätze kacke. Ja, warte uns. So, das ist ein bisschen absurder, weil... Ne, ne, ne. Oh, Streichhärzer? Streichhärzer sind gut. Da kann man ein Feuerwerk machen, wenn man rufen kommt und uns vorhehen. Das ist dieser Kill. Nein, hier war gerade irgendwo was. Brauchen wir eigentlich nicht drüber. Oh, Scheiß drauf. So. Was haben wir hier? Oh ja, Schuss. Die nehmen wir ungesehen. So. So. Was schön ist hier. Nichts mehr da. Ha! Das tut auch nicht. Ich möchte eigentlich mal nicht in die Ecke gehen. Ich habe auch nicht so. Aber es scheint... eben nicht so. Aber den Rufen jetzt kommt. Ich bin nicht da! Was? Warte. Halt. Ich habe auch gerade... Verstecken. Okay. Also wenn die Ecke kommt... Wenn ich in diesen Raum kann, dann weiß ich, wo ich mich verstecke. Was? Wen ist denn mit dem? Wenn man ist da natürlich ganz. Stopp! Gut, die ist nicht da, ist. Geh weg. Geh weg! Ich weiß, dass du dran bist, geh weg! Ich komm nicht raus. Hau ab, du Drecksack! Sehr schön, wir haben schonmal einen Versteck. Wenn Ruven kommt... HÄÄÄÄH So, Schrot. Jetzt kommen wir gleich noch ein bisschen nachschlagen. Okay, hier haben wir noch ein Schränkchen zum Verstecken. Das ist schonmal gut. Okay, was haben wir hier? Handgranate? Nehmen wir mit. Dankend. Was haben wir denn für schönes? Notiz aus Musikzimmer. Zwei Welten, getrennt durch einen zerkräfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter. Sie verlachen die Gratulier. Und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. So, jetzt ist natürlich nur noch die Frage, was für ein Kot da rein ist. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, wenn wir hier noch was fliegen, haben wir. So. Wenn jetzt Ofen auftaucht, haben wir ein massives Problem, weil ich mich quasi nicht verstecken kann. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, wenn wir auf der Beobachtung restored sind. Der besorgte Typ also. Juh! Der besorgte Typ passt. Ist gekauft. Grausame Absichten. Wärmen überschrieben. Dann wollen wir auch schon wieder zurück zu den mitten Herren. Ich möchte so nicht. Das hilft ja alles nix. Wir müssen das tun. Wenn nicht wir, dann. Okay, die Tür war zu. Die große Hauptteile. Ach, dann nehmen wir mal die kleine Tür. So, wir entschaffen erstmal fix die Bomber. Die haben sie uns auf Kick anlegelt. Falls hier oben kommt. Aber ich sehe gerade Munition. Die nehmen wir dankend hier mit. Man fragt mich, wenn du eine Stellung hinkriegst. Dann sind wir eigentlich theoretisch auch nicht erwischt. Was für die Theorie? Was ist noch jemand hier? Gut so. So, wir müssen wieder zahlen. So, dann mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich würde elf und zwei jetzt einfach mal nehmen. Okay. 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 Bleib weg. Bitte bleib weg. Bitte, bleib weg. Bitte, 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 bleib weg. Gut, wir haben erstmal wieder was zum Verstecken gefunden, sogar zwei Sachen, das ist gar nicht so verkehrt, wir haben dort wieder einiges gefunden. Hallo Kids aus Roofings Zimmer, ich habe sie wieder gesehen, am Ende des Fluss, ihre langen schwarzen Haare, schön wie immer, glänzend im Mondschein, die Augen wie dunkle Teilchen in ihrem Porzellangesicht, sie trug ihr rotes Lieblingskleid wie ein blutroter Sonnenuntergang, wie eine Blutspur, im Schwindelnlicht, Herr Laura, du kannst nicht tot sein. Okay, so, Munition, die nehmen wir auch sehr dankend wieder an. Ich möchte irgendwie nicht weitergehen, ich habe nämlich irgendwie Sorge, dass in jedem Moment dieser kleine Drecksack auftaucht, mich in Bedrängnis bringt. Ich habe es geahnt, du kleiner Wichser, du kleiner Drecksack. Ich habe es genau gewusst. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. Oh, du Affe, du Arschloch, du blöder Drecksack, ich habe es gewusst. Oh, so ein älender Hund, älender Mist, Drecksack, Kind. Oh, ich wusste es, ich habe es gewusst, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ach, na komm. So, jetzt lasst mich auch mal ganz kurz gehören. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst, dass ich das jetzt hier komplett schon fertig habe. Ja, okay, also ist ein Ophelock. Oh, nein. So eine Scheiße, ey. Vor allem diese Scheiß' One-Hit-gekille geht mir auf den Sack, ey. Da könnte es Agro werden. Soh! Soh! Neh! Es kommt noch zu den Wur. Die B-B-D-U-D-E-A-N!